Fährt man zur Zeit an den deutschen Tankstellen vorbei, dann freut sich das gebeutelte Herz des Autofahrers. Weltweit ist der Ölpreis gesunken und das spiegelt sich in den Kraftstoffpreisen wieder. Das gleiche gilt auch für die Preise für Heizöl. Das hier ist eine Grafik mit der Darstellung der Preisentwicklung. Die blaue Linie zeigt, seit langem war Heizöl nicht so günstig wie jetzt. Die meisten schauen im Keller auf den Heizöltank und auch wenn der noch lange nicht so leer ist wie dieser, es lohnt sich jetzt auffüllen zu lassen. Der Brennstoffhandel Leonhard aus Gutenswegen liefert auch kleinere Mengen, damit die Kunden von der gegenwärtigen Preisentwicklung profitieren können. Rufen Sie an und lassen Sie sich beraten. Wer weiß, wie kalt der Winter dann doch noch wird. Rufen Sie an und lassen Sie sich beraten.